Politische Gewalt oder anstößige Tweets, wenn da irgendwo in einem AfD-Kreisverband irgendwann läuft, irgendwas läuft, geht das durch alle Medien durch. Dann heißt es, die AfD hat, die AfD tut. Aber es gibt natürlich durch diese Radikalisierung auf der linken Seite linke Gewalt viel mehr Gewalt. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Markus Gärtner im Gespräch heute mit Max Otte zu seinem neuen Buch Weltsystemcrash. Es ist gleich in der ersten Woche voll in die Bestsellerliste beim Spiegel eingestiegen oder eingeschlagen, muss man sagen, Platz 9 auf Anhieb. Ich habe mir mal ausgesucht für dieses Gespräch das Stichwort, das Ende der Aufklärung. Das gibt es in dem Buch so auch als Abschnittsüberschrift. Man hat ja den Eindruck, dass sich dieses ideologisch aufgeladene Land und Deutschland ist ja gar nicht alleine immer mehr von Grundprinzipien verabschiedet, die eigentlich die Aufklärung ausgemacht haben. Auch Rationalismus, Logik, Forschung und so weiter und so fort. Wie stark ist denn dieser Prozess und wie bedenklich? Extrem bedenklich und extrem stark. Ich habe diese Zwischenüberschrift geklaut. Was heißt geklaut? Ich habe mich inspirieren lassen von Henry Kissinger. Ausgerechnet Kissinger, der vor zwei Jahren in The Atlantic mit 94 einen ganz tollen Artikel geschrieben hat How Enlightenment Ends. Und darauf bezieht er sich vor allem auf künstliche Intelligenz. Aber ich gehe mal auf deine Frage ein. Wir haben eben eine völlige Emotionalisierung, eine Re-Ideologisierung der Politik. Ich meine, schon Josef Goebbels wusste, wenn man die richtigen Emotionen hat und das oft genug wiederholt, irgendwann ist es in tiefen Bewusstseinsstrukturen drin. Also wenn man oft genug Rechtspopulist wiederholt, ich weiß bis heute nicht genau, was das ist, dann und das mit einer negativen Konnotation, irgendwann ist das drin. Und so spaltet man Gesellschaften. Man sucht nicht den Dialog, man macht Propaganda. Da ist natürlich der Mainstream mächtiger, viel mächtiger als diejenigen, die am System zweifeln. So spaltet man. Und spannend war auch, dass in den 80ern schon ein Assistent im politischen Seminar, wo ich junger Student war, irgendwie gesagt hat, wir haben ja eine Re-Ideologisierung. Und ich habe ihn angeguckt, der hat, Ideologie ist doch heute nicht mehr in und so weiter. Und da hat er gedacht, nee, nee, guck mal an, wie das bei Reagan ist. Der bringt Emotionen und Ideologie wieder rein. Und da war mir klar, ja, also das ging damals schon in gewisser Weise los. Und heute ist es natürlich hyper-emotional und eine rationale Debatte ist fast nicht mehr drin. Und dann kann ich Menschen gegeneinander aufhetzen. Und diese Ideologisierung reicht ja, die reicht ja hinein bis in den Kral der Gedankenfreiheit eigentlich und der Freiheit überhaupt, den akademischen. Wir sehen das an Institutionen oder an Universitäten, auch in Deutschland, wo Redner, wo selbst Professoren einfach verhindert werden, auch durch Gewalt. Ja, das ging ja, ich habe das auch erlebt mit 200 Antifanten in Köln im letzten Dezember. Ich habe eigentlich eine Vorlesung halten wollen, Deutschland im Spannungsfeld von Globalisierung und Geopolitik. Eine friedenspolitische Vorlesung, wenn man so will. Das interessierte keinen. Wenn Otte kommt, rechts rückstoppen, blockieren. Die Polizei war anwesend. Das Rektorat hatte vorher gesagt, ja, die Polizei ist anwesend, wird aber nicht einschreiten. Und so geht es halt immer weiter. Und es gab jetzt in der Welt eine schöne Chronik, welche Vorlesungen alle geblockt wurden. Das ist das eine, also diese Ideologisierung der Gesellschaft. Ich möchte nochmal auf das andere eingehen, was Henry Kissinger eigentlich meinte. Diese Algorithmen werden immer klüger, sie sammeln immer mehr, sie verarbeiten Daten und am Ende kommt ein funktionierendes Ergebnis raus. Aber wir wissen nicht, warum der Algorithmus das so macht. Und das ist eigentlich die Basis aufgeklärter Politik, die Basis einer Ethik, einer Philosophie, dass du mir sagst, ich mache das und das und das sind meine Überlegungen, dass ich das dann überprüfen kann. Wir können die KI oftmals nicht mehr überprüfen. Und das meinte Kissinger mit das Ende der Aufklärung. Und ich bin erstaunt, wie viel Klarheit da noch in so einem alten Gehirn drin ist. Denn mittlerweile ist er 96. Ich meine, er ist für viele ein Reizwort oder eine Reizperson. War Zyniker, hat in Laos gebombt und hat alles Mögliche gemacht. Aber er gehörte wenigstens den klassischen Realisten an, die gesagt haben, Krieg, Zynismus, auch mal politische Morde, das passiert halt. Aber wir wollen das einhegen, wir gehen nicht aufs Ganze, wir wollen den Gegner nicht vernichten. Und die Neorealisten, die heute ein Bruder sind, die wollen Expansion um jeden Preis. Und da war er ein Befürworter der Mäßigung, genauso wie er 2014 schon zur Mäßigung gegenüber Russland aufgerufen hat. Stichworte Mäßigung und Vernichten. Ich erinnere mich, in der vergangenen Woche hatten wir auf Twitter einen Tweet von einem Teilnehmer. Ich erinnere mich nicht an den Namen, so nach dem Motto, nach der Landtagswahl in Thüringen, ich schlage jetzt jeden vierten Tod, wenn ich dort bin. Ja, ja, es sind politische Gewalt oder anstößige Tweets. Wenn da irgendwo in einem AfD-Kreisverband irgendwann läuft, irgendwas läuft, geht das durch alle Medien durch. Dann heißt es, die AfD hat, die AfD tut. Aber es gibt natürlich durch diese Radikalisierung auf der linken Seite linke Gewalt viel mehr Gewalt, viel mehr Einschüchterung. Aber das ist insgesamt natürlich leider ein Phänomen, was wir im Moment mit der Polarisierung der Gesellschaft erleben. Und wo wir beide vielleicht versuchen können, so ein bisschen auf unsere bescheidenen Art dagegen zu wirken. Vielen Dank. Vielen Dank.